Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute sind wir mal nicht im Spiel und ja, wir sind nämlich auf einer Internetseite, nämlich tiermakeup.com, denn in Sims 4 an die Uni haben wir mal darüber gesprochen, ob wir nicht eine Taunie tierless machen wollen, beziehungsweise halte ich. Ich rede immer in der Märze von mir, ich weiß nicht, was mit mir kaputt ist im Leben, aber hier sind wir nun und wir gucken mal, wer denn der beste Taunie in diesem Spiel ist. Die neuesten Taunies sind nicht dabei, also so Nox und so, also die halt jetzt mit Eco Lifestyle dazu kamen und ich weiß nicht, bis zu welchem Pack die dabei sind, aber die wichtigsten werden schon dabei sein und ja, da werden wir auf jeden Fall jetzt mal gucken, wer am coolsten ist. Okay, wir gucken jetzt mal, das müsste Akira Kibu sein, der ist, also ich würde den jetzt so auf Bay ranken, der so, okay, einfach einen, also er ist jetzt nicht der krasseste Typ der Welt, aber er sieht ganz okay aus und deswegen hat er eine Daseinsberechtigung und müssen mit Großstadtleben dazugekommen sein. Das ist, glaube ich, das Kind von den Goffs. Ich weiß jetzt nicht, wie der heißt, aber es ist mir eigentlich relativ egal, was mit ihm ist, deswegen einfach ein C. Sie ist eine echt cute Schnitte, die müsste mit StrangerVille dazugekommen sein und hat mich im ersten Moment direkt in sie verliebt und deswegen ist das so, wow. Sie kenne ich nicht? I don't know. Kann mein Hund aufhören, sich hier? Alles klar. Woher kommt er? Ich weiß, wer das ist, ich kenne den Namen nicht und... Nee. 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 Baby Ariel. I don't know. Ich habe sie noch nicht im Spiel selber so richtig gesehen. Ja, ist halt irgendwie ein Promi oder was, ne? Die Kleidung, die sie ins Spiel gebracht hat, okay, ist eigentlich ganz süß. Sie als Sim, I don't know. Oh, also, ja, der Sim ist eigentlich ganz süß, deswegen packe ich sie einfach mal auf C. Bella Goff ist natürlich eine Iconic Queen und, naja, da kann ich leider nicht anders als die auf S packen. Wer ist dieses Kind? Ich weiß es nicht. Das ist Björn Björksen. Der ist eigentlich schon ganz solide, würde ich sagen, deswegen würde ich den eigentlich auch auf B packen. Der ist nämlich eigentlich immer ganz cute. Bob Pancakes ist natürlich auch iconic. Aber nicht so iconic wie Bella Goff, deswegen würde ich den einfach mal auf A packen. Er ist auf jeden Fall cute. In meinem privaten Spielstand hatte ich auch schon mal was mit ihm zu tun. Und, äh, ja, der war eh und ich immer ein ganz netter Partner, mit dem man hier spielen konnte. Brand und Brand Hacking sind natürlich auch beides iconic, weil ich glaube, das war das erste Gay Couple in Sims 4. Und, ähm, ja, sind auch beides nette Schnitzchen, würde ich mal sagen. Die würde ich auch, glaube ich. Also, ich glaube, ich würde ihn, ich mag Brand noch mehr als Brand. Ja, ich würde es, glaube ich, so anordnen. Caleb Wattor würde ich, glaube ich, sogar auch auf A packen, weil ich mag ihn echt gerne. Ich habe privat schon mit ihm gespielt, also halt auch als, also, dass er halt ein Kumpel der Familie ist, so. Und allgemein, ich mag halt Vampire gerne. Und, ähm, ja. Seine Augenbrauen sind vielleicht ein bisschen weird, aber sonst ist es eigentlich ein süßes Schnittchen. Was habe ich eigentlich mit Schnittchen gerade? I'm weird. I'm sorry. Candy Bear ist eigentlich sehr cute. Nur, die Haare, wie sie dann im Endeffekt aussehen, das macht so viel aus und das ist echt nicht so toll. Äh, dieser Zimmer an sich ist aber eigentlich ganz süß. Aber ich würde, glaube ich, auch eher so auf, so zu B tendieren. Cassandra Grusel ist halt echt nicht so schön. Also, jetzt, ähm, meine eigene Meinung hier. Boah, boah. Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben, aber, äh. Also, früher sah sie, glaube ich, sogar noch schlimmer aus, aber, ähm, naja. Im Gegensatz zu ihrer Mama, die iconic Queen hier, ist sie halt leider Absturz. Sie heißt irgendwie Katrina Links oder so? Die hat, glaube ich, einen Haushalt voller Katzen. Ich bin mir nicht sicher, ob das immer so ist oder ob Leute ihr einfach immer diese ganzen Katzen zugeschoben haben. Äh, ja, die ist jetzt eigentlich auch eher so ein D-Kandidat. Ich kenne diese ganzen Kinder nicht, was ist das? Okay, das ist Clara Björgson. Ähm, ich musste das gerade nachgucken, weil ich die immer mit Nancy Landgrab, äh, verwechsel. Ähm, ja. Die finde ich, to be honest, auch nicht so toll. Irgendwie, hm, nee, nee. Also, hm, 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 das ist Darling oder so? I don't know. Bin absolut kein Fan, to be honest. Wer ist er? Ja, ich kenne ihn nicht und er sieht mir auch nicht sympathisch aus, aber er kommt auf Don't Know, weil ich kenne ihn nicht. Deswegen darf ich nicht urteilen, endlich. Ihn mag ich auch absolut nicht. Also, I don't know. Der ist, äh, äh. Äh. Und Lina Caliente war halt quasi immer die Schwägerin von den Kindern, mit denen ich ja weitergespielt habe und so. Ähm, und ich finde es ganz schrecklich, dass sie diese gelben Haare hat. Aber grundsätzlich ist hier eigentlich ein süßer Sim, aber ich würde sie trotzdem eher so auf den D packen, weil diese gelben Haare, die... Pfff, ich stresse mich komplett einfach. Ihn kenne ich nicht. Ist das Markus Flex? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube, schon. Aber er ist eigentlich auf jeden Fall ganz okay. Aber das ist Don Lofario, ne? Boah. Der, oh mein Gott, der hat mich richtig gestresst in meinem Leben, als ich diese Legacy gespielt habe. Also, wenn ich privat spiele, meine ich eigentlich fast nur die Legacy, weil privat spiele ich sonst eigentlich gar nicht zur Zeit. Und Don Lofario, oh mein Gott. Er hat mich genervt. Deswegen, äh, er ist nicht ganz so schlimm wie die. Aber, ja, ähm, obwohl, ah, komm. Das ist, glaube ich, Dirk Traumtänzer, oder? Er nervt mich, weil er läuft immer in der Welt herum und Stress wegen ihm nur komplett, weil das Promi ist, aber irgendwie nur so halb, weil er nicht so krasser Promi ist. Und deswegen, I don't like you. Dich kenne ich nicht. Eliza Pancakes? Nein. Einfach nur nein. Das ist, glaube ich, das Kind von den Björksens. Die ist eigentlich echt cute. Ja. Ne? Aber, also, keine Ahnung, irgendwie. Kinder sind jetzt nicht so besonders. Keine Ahnung. Ich habe zu den Kindern keine besondere Bindung. Deswegen. Ja, sie sind halt okay. Dich kenne ich nicht. Ich glaube, er heißt Erwin. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich kenne ihn auf jeden Fall. Der kam ja auch mit Strangerville. Der ist eigentlich, to be honest, also, er ist vernötig so, aber er ist schon, er ist schon cute so. Ja. Äh, die heißt, glaube ich, Eva. Äh, die nervt mich, Tobias, auch ziemlich. Und ich, ja, in meinem privaten. Äh, dieses Kind kenne ich nicht. Äh, Federchen Frost. Also, die hat, oh, das war die, die uns letztens an die Uni genervt hat, ne? Also, die dann so meinte, so, bye bitch, obwohl ich an ihm mit ihr reden wollte. Aber, ja, dieses ist nicht so schlimm, aber, naja. Naja, das ist der Landgrabboy. Ich weiß gerade seinen Vornamen nicht mehr, mir fällt da gerade nicht ein, aber ich mag, mh, die Landgrabs. Mh, ja, mh, er geht's nicht so. Ihn kenne ich nicht. Äh, ich kenne den nicht, äh, 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 ne, 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 ne. Und, Holly Elto ist echt ganz cool. Also, das meiste, was ich von ihr weiß, ist halt durch, ähm, James Turners, äh, Rex Tewiches. Let's Play, also das Get Famous-Ding. Ähm, eigentlich ist die ganz cool. Ich weiß seinen Namen nicht, aber ich kenne ihn auch, aber er ist jetzt auch nicht so krass besonders irgendwie. Deswegen, ja, I don't know. Ich glaube, er hat mich auch echt genervt. Deswegen, ja. Das ist hier Munsch. Ähm, hm, würde ich jetzt eher auch auf E packen. Weil, I don't know, ich habe jetzt nicht die krasse Bindung und irgendwie, weiß ich nicht, wenn ich ihn gesehen habe, wäre ich jetzt nicht so krass. Uh, dabei im Leben. Ähm, sie kenne ich. Ich weiß aber gerade auch, ich glaube, sie ist Jade. Jade ist auch cute. Die ist auf jeden Fall artier, weil, ja, die ist auf jeden Fall süß. Das ist eine aus Strangerville. Kenne ich ihren Namen aber auch nicht. Ähm, ja, würde ich jetzt mal so auf C packen. Judith Ward ist eigentlich schon auch iconic irgendwie. I don't know, ich mag sie eigentlich echt gerne. Ich glaube, ich würde sie sogar auf eine Position packen wie Bella, to be honest. Das müsste Justin Delgado sein. Ich finde ihn okay. Oh, Katrina Caliente. Ist auch eine iconic Queen auf jeden Fall. Nicht ganz so iconic wie Bella, aber, ja, dahin passt auf jeden Fall, ne. Also, die war immer eine süße Omi in Vanilla Legacy Challenge. Sie kenne ich nicht, aber sie sieht echt süß aus, to be honest. Ich muss sie mal kennenlernen. Das ist, äh, Liberty Lee oder so, heißt die so. Die ist eigentlich echt süß, to be honest. Deswegen, ja, die verdient, also die, die braucht mehr Liebe. Die ist irgendwie immer, die wird immer von weg in Vergessenheit geraten. Die gerät immer in Vergessenheit, das wollte ich sagen. Und, ja, aber eigentlich ist sie echt süß so. Und die verdient auch mehr Liebe auf jeden Fall. Lille Vator ist auf jeden Fall einer meiner absoluten Lieblings-Townies ever. Weil, erstens, ich mal Vampire. Zweitens, I don't know, ich hab einfach eine krasse Verbindung zu ihr. Und immer, wenn ich privat gespielt habe, auch in alten Spielständen, war sie irgendwie immer ein Teil meiner Story. Und, hm, ich weiß es nicht, aber ich mag sie sehr, 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 sehr gerne. Das ist eine von den Feng-Leuten. Ähm, ja, die ist okay auch, würde ich sagen. Das ist irgendein Kind, was ich wieder nicht kenne. Oder sie kenne ich. Ich weiß aber auch ihren Namen nicht. Aber die ist auch eigentlich ganz süß. Die kenne ich nicht. Das ist, ähm, der eine, wie dieser verschollene Sohn oder sowas von, von hier, Landgrabs, ne. Ja, die Backstory ist eigentlich ganz gut. Nur finde ich es traurig, dass halt das mit dem Stammbaum nicht gesagt wurde, dass halt trotzdem dazugehört. Steht ja nur in dieser Biografie, dass die halt eigentlich zusammengehören. Aber, ja, ich mag ihn aber auch nicht so. Oder ist das Markus Flex? Weil sonst würde ich das hier, glaube ich, nochmal ändern, weil ich weiß. Ich, hm, Moment, ich gucke das kurz nach. Das ist Markus Flex. Dann würde ich den nämlich hierhin packen. Und ihn weiß ich dann nicht, weil dann, äh, ja. Das ist sonst nämlich unfair. Ihn kenne ich auch nicht. Bürgermeister Schnurhaar, S. Erstens an die Uni, zweitens, ist das eine Katze mit Zylinder? Ja, da, die ist, glaube ich, Miko oder so. Die ist auch echt süß. Ähm, würde ich halt auch eher hier so hinpacken. Die, das ist auch eine von den Munschs. Äh, ja, hm. Eigentlich hat die mich auch eher immer genervt. Den kenne ich nicht. Das ist, ähm, Monika Fayas oder so. Aber, ähm, haben wir jedenfalls einen von den Fayas. Also, ich spreche das immer so aus. Ich weiß nicht, wie man das richtig ausspricht, Hilfe. Aber, eigentlich ist die auch absolut okay. Morgan ist, oh mein Gott. Oh, die ist auch eine Queen einfach. Ich liebe die auch. Ich weiß nicht, wieso, aber ich mag sie einfach richtig gerne. Mortimer? Mh, naja. Naja. Nancy ist halt auch relativ iconic, deswegen, ja. Nina Caliente. Oh mein Gott. Dadurch, dass sie in meiner Legacy quasi die Mama, die erste Mama ist. Ich kann nicht Nein sagen, weil in, also, ja, im echten Spiel ist sie ja nicht so. Aber sie hat halt bei mir, in meinem privaten Spielstand, halt einen krassen Schub gehabt, was ihre Charakterentwicklung anging. Und, ja, ich liebe sie. Octavia Moon ist auch echt cool. Würde ich jetzt auch so auf A packen, weil, I don't know. Aber sie hat schon Style, oder? So, ja. Nur ist es halt sad, dass sie mit Vaughn ein Kind hat, so. Irgendwelche Kinder, die ich nicht kenne. Die Vogelscheuche. Ja. Penny Pizzas ist auch einfach cutest girl. Äh, oh, cutest girl. Einfach. Mehr Kinder, die ich nicht kenne. Das ist, glaube ich, Salim, bla bla bla. Weiß ich gerade nicht. Ähm, der ist auch eher so okay. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Oh mein Gott, das jetzt auch so sprechen wird ein bisschen. Ich werde es nicht aussprechen. Jeder wird wissen, wer das ist. Weil die ist ja schon lange dabei und die ist auch echt cute und so. Und, ja, genau. Aber die ist, glaube ich, die, also theoretisch Schwester oder Halbschwester oder so von Morgan. Aber, ja, die ist halt, oder war das so? War die Story überhaupt so? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war sie süß. Ähm, ich weiß, wer das ist. Und die ist eigentlich auch ganz süß, würde ich sagen. Ähm, aber wird eher hier so. Summer Holiday ist auch eher Beat hier. Es passt nicht alles auf meinen Screen. Hilfe! So. Wir machen das jetzt einfach so. Easy. So, das ist, ähm, das ist einer von den Delgathos. Ich weiß gerade nicht ihren Namen, aber die hat mich immer hardcore genervt. Nee. Ihn kenne ich nicht, aber er ist ein Cowboy. Deswegen eigentlich, also dadurch, dass er ein Cowboy ist, ist es. Aber, äh, da ich ihn nicht wirklich kenne. Naja. Vor allem, Bailey hat mich auch absolut abgefuckt. Ha, in James Turners, äh, Let's Play. Deswegen, muaah. Oder sonst ist es jetzt nicht so ein cooler Typ. Das ist, glaube ich, Travis Scott. Den finde ich jetzt auch nicht so toll, aber er ist halt okay. Wer ist sie denn? I don't know her. Vanessa Geyong ist auch ein super, 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 super schöner Sim. Und ich mag sie auch echt gerne. Ich habe sie ja sogar bei meinem Banner halt als Sim. Als, also als meinen Townie Makeover umgestalteten Sim. Habe ich sie ja in meinem Banner auf YouTube. Ähm. Ähm, ja. Weil ich sie halt so süß finde. Und deswegen, ähm, ja. Die ist auf jeden Fall A oder S. Ich würde eher auf S zentieren, Tobias. Deswegen tue ich das. Das müsste Victor Feng sein. Victor Feng. Ja, ist okay. Das ist wieder mal kleiner. Ja, Hilfe. Wer ist das? Eine Nau. Vladislous, ne? Boah, ich mag Vampire wirklich. Aber Vladislous ist einfach nur absolut fucking nervig. Nein. 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 To be honest. Deswegen machen wir mal D draus. Das hier ist Yuki Bear. Das ist die Schwester von Candy Bear. Und die ist auch recht süß. Deswegen kommt sie auch zu ihrer Schwester. Und bei ihr weiß ich den Namen nicht. Aber ich weiß, wer das ist. Würde ich aber eher zu einem C tendieren. Und ja. Dadurch sind wir jetzt durch. Das ist meine fertige Tierlist. Und, ähm, ja. Mich würde interessieren, ob ihr halt zustimmen würdet. Oder, ja. I don't know. Ja. Sagt mir auf jeden Fall, was ihr davon haltet. Und ich hoffe, dass ich es bis nächste Woche schaffe. Das Andy Unis Special, die allerletzte Folge, ähm, hochzubekommen. Beziehungsweise halt aufzunehmen und RT zu schneiden und so. Weil ich habe sehr viel vor. Und, ja. Ich hoffe, dass das halt alles so wird. Und, ähm, ja. Ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin und tschüss.